so das geht wieder da waren die wirklich weg nur so halb nun dann was mache ich genau erst mal letztes mal gemacht wir haben angefangen letztes mal war uns erstes mal unsere angie wurde ist von so aus weggelaufen weil ihre mutter sie in einem ritual aufwand will so dass die grundgeschichte genau und weil wir kein ziel haben weil wir einfach so aus weggelaufen sind haben wir keine ahnung endlich hat eine wahrsagerin gefragt was sie machen soll und deswegen sind jetzt auf der stadt auf dem weg richtung wendel weil das eine stadt ist wo es hilfe geben könnte aber der weg war zu also haben wir suchen wir nach einem alternativen weg oder irgendwas nachdem ich meine wer folgt nicht einem unbekannten licht weil er nichts besseres zu tun hat dankeschön das kiste muss kiste ist dahinter ich bin es nicht oder ist diese musik gerade viel zu ich habe dich glaube ich wo doch nicht ja das stelle ich mir jetzt schweiz auf weiß notwendig dafür eine mini szene zu bekommen was bist du ich bin angela ich bin angela ich bin angela kann ja Äh, was? But we need to hurry. Something has happened to the Sanctuary of Mana. The Sanctuary of Mana? W-wait. That came from Astoria. Uh, what happened? I-I need to go back. Oh, we need to get going. Let me rest inside you for a bit. You won't see me. But don't worry, I'm still here. Woah, wait. What? Don't delay. We must see to Astoria. Her voice is in my head? Hurry. Fine. Du nimmst die Fee mit. Das ist aber ganz... Snub. Hm. So, why are you heading to Wendell? I don't know what to do anymore. I'm looking for answers. Woah. I see you haven't had an easy time yourself. Pass auf. Hier jetzt Witz einfügen. Von wegen... Ich wäre auch... Ich wäre auch gerne eine Fee und würde in Angela eindringen. Oh Gott. Nein, ich kann es nicht lassen. So die schlechten Witze muss ich machen. Oder nicht. Oh Gott. ... Duttundundundum... Humhumhumhumhumhumhumhumh... Ach hoohl... , aufh anywhere. Aua... Ernhö. Nächstes Level in ein EP. Geil. W-W-Was ist passiert? Wo ist jeder? Das sieht aus wie das Werk der Beastmen. Wie... schrecklich. Es gibt keine Zeit, um zu verbrauchen. Wir müssen zum Priester der Lichter kommen, wie schnell möglich. Wendel ist in Gefahr! Ich sehe euch hier rumstehen, aber ihr seid nicht wirklich hier. Und jetzt gibt es ja auch Kisten. Na gut, wir kommen gleich noch mal wieder. Aber nicht jetzt so. Was sehen da? König recht. Hm, hm. So, du kannst die Barriere wegmachen, sagst du? Ja dann. Oh, hallo. Uh, pardon me. But I believe there is a barrier blocking the cavern route to Holy City Wendel. I do not suppose you know a way around it? Oh, well, actually... Well, actually... A fairy can get through the barrier. Oh, my. I believe I saw fairies light in the forest last night. But I was unable to investigate because of the Beastmen in the area. Would you mind terribly, if I were to accompany you? In truth? Ach, ja. Du kannst Reese's erleben, äh... Du kannst die Reise erleben, die Reese hergeführt hat. Willst du zurück in die Vergangenheit? Jo, klar. Dann spielen wir ihr Intro nach, hätte man sie als Hauptcharakter benutzt. Okay. As was her daily routine, Reese, Princess of Laurent, the Kingdom of Wind, was performing her duties as Captain of the Amazon Guard. I will take care of it. Observe! Captain Reese, please be careful. Oh, nein. I will not allow monsters to upset the piece of Laurent. Oh, mächtig. I did it! It is as I feared. The monster population has increased. And... I can feel it. The haunting cries of the wind. Dann erzähl uns mal, was ist deine Backstory? The mountainous kingdom of Laurent. Atop the crags and treacherous terrain sat the formidable, impenetrable Citadel Laurent. Thanks to its elite guard of Amazonian fighters, enemy forces had never managed to breach the Citadel defenses. Until... Until... Now then. It is time for my brother's training. Where has Elliot ran off to? Thanks. Hmm... Hmm... ... ... ... ... ... ... Willkommen zurück, Kommandantin. Leider hat keiner der Wachen Elliot gesehen, Kommandante. Es gibt Gerüchte, dass überall auf der Welt Krieg ausbrechen. Aber ich weiß, dass wir hier in Lorenzen sicher sind. Ah ja. In Böhalla, westlich von der Zitadelle, gibt es starke Winde, welche die Durchquerung erschweren. Und der Möllerstein befindet sich hinter diesen Höhlen. Ah, schade. Die Diener werden ja gesucht von der wahren Königin von Altinia. Nur auf dem Hut bleiben, man weiß nie, was passieren könnte. Die Monster bereiten uns in letzter Zeit mit einig Ärger. Naja. Das legendige Wesen, das hützenden Schwingen von Lorenzen genannt wird, das nur Jungfern mit reinem Herzen auf dem himmlischen Gipfel. Das ist der Ursprung unserer Amazon-Wache. Die dummen Regel. Bezeihe mir, aber der Bereich hinter mir ist gesperrt. Hm, okay. Wow, wow. Hm, das ist schon groß hier, wa? Äh, das linke Wesen, das schützende Schwingen von Lorenzen genannt wird, das haben wir doch gerade schon getrunken. Jungfern, was? Gleiche Nachricht. Ah, billig. Vielleicht solltet ihr Alma fragen, wo der Prinz ist. Sie müssen in seinem Zimmer rechts neben dem Thron sein. Solche Erklärungen sind immer witzig. Machen keinen Sinn. Habt ihr hier zu tun? Alles geht. Wäääh, Prinz Agnett hat mein Essen gestohlen. Glaub nicht, dass ein Robert hier vorbeigekommen ist, okay. Hier bewahren die Statue der Mördergöttin. Oh ja, sehe ich. Keine Angst, die Zerdelle ist bewacht, okay. Die Hafenstadt Paolo befindet sich am Fuße des Berges Lorenz. Okay, cool. Was soll ich mit diesen random Infos machen? Wenn ich mal groß bin, gehe ich auch zu den Amazonenwachen. So wie ihr, Reesi. Rees. Sagen wir mal Rees. Warum heißt die Reesi? Wenn ihr im Gebiet einer Mannschaft bespricht, blabla. Ich will keine Spielinfos haben. Keine mechanischen Infos. Ich glaube nicht, dass ihr ein Robert hier vorbeigekommen ist. Ja, vorbei ist schlecht. Dann rennst du gegen die Wand. Ja, nichts. Wie ich hörte, habt ihr euch heute an den Hängen wieder einmal bewundernswert geschlagen. Eure Verstorbenen Mutter wäre stolz darauf gewesen, wie ihr eure Rolle der Kommandantin ausfüllt. Ich bin jetzt ebenfalls, okay. Ich habe eine kleine Hapier verhauen. Wuhu. Hm. Du-du-du-du. Vater, haben Sie gesehen Elliot? Interesting question for a blind man. But I sense his location. Give me a moment. Oops. Hmm. He is not far. I assume he is still on the ground. I am certain you will find him if you search. Hm. Toil. That boy. Where could he be? He knows what time it is. Ja, da hat keiner was der wachen Prinz Elf gesehen. Okay. Guten Morgen. Wobei weiß ich, dass keine der Wachen sie gesehen hat. Der Funkkontakt oder sowas. Uff. Nichts kaputt machen. Will ich mit euch machen auch noch reden. Nichts zu melden. Nichts zu melden. Zumindest die, die ein gewisses Symbol an sich haben. Verzeihung. Ich bin ja vor Polie. Ja. Wir können vom Glück reden, dass wir an dem besten, was? An dem am besten befestigen Ort der Welt leben. Malen, Klippen und gefährlichen Winde bieten uns vollkommene Sicherheit. Uuuh. Don't jinx it. Belast die Verteidigung uns. Okay, wenn irgendwas schiefläuft, dann, ne, dann komm ich zu dir. Oh, toll. Äh, verzeihung erholt. Ich bin mit Putz noch nicht fertig. Ne. Haben wir den Spiegel sauber? Ich kann mich da gar nicht drinnen sehen. Ah, ich bin böse. Nein. Schon eigentlich aber der andere Weg. Ich möchte ihn mal sehen. Willkommen bei den Himmlichern von Prinz. Du bist die Alma? Alma, hast du meinen Bruder gesehen? Oh. Wie verrückt. Ich hätte erwartet, dass der junge Prinz mit dir zusammen sein würde, mit dir, Herr Hines. Er ist nicht so, Herr Hines. Er ist nicht so, Herr Hines. Er ist nicht so, Herr Hines. Prinz Elliot never knew his dearly departed mother before she passed. Aber Sie haben sich ein sehr, sehr, sehr viel Arbeit gemacht. Ihr Hines. Was der? The Princess of Laurent had but one brother, Elliot. Their mother passed away just as the prince was born. She did not live to see her son. The young Reese would never forget the moment her mother slipped away, just as her dear little brother was brought into the world. All of Laurent mourned the queen's passing, but Reese only found peace alone on their sacred mountaintop. There she cried until the tears wouldn't come. Always a kind-hearted child, Reese swore to show her brother as much love and affection as she could to make up for the loss of their mother. She took on the responsibility of raising him as best as she could. Und auch als Kind selbst. Das kann noch nie gut gehen. Mother. Elliot. Where are you? Gefunden. Weg vor der Tür war er. Hey, young prince! Pssst! Huh? Shh! Hey! Uh, you're the prince of the citadel, right? Hm-hm-hm. Wanna see something interesting, little boy? Ta-da! I just happen to be a wandering magician performing in these mountains. I'm here to show you some tricks, young prince. Look! Look! Ooh! Wow! Now, feast your eyes on my multiplying trick! Ta-da! Ooh! Wow! I have many more tricks up my sleeve. You know the passage under the citadel? I can show you more tricks if you take me there. Come on! Let's go, little prince! Wie alt soll der sein? Zwei? Dass das auf sowas reinfällt? Oh, man. Ich bin der Elliot. Ja, der wurde mir doch gespoilert, wo er ist, oder nicht? Sozusagen. Nicht. Naja. Habt ihr hier zu tun? Äh, ich glaube nicht, dass ein Horat hier vorbeigekommen ist. Ja, keine neue Info von dir. Wo geht's hier noch? Darf ich vorbei? Nö. Äh, verzeih mir den, äh, aber der Bereich hier ist gesperrt. Allo, ich bin hier die Bastkönigin. Ich weiß nicht, wie alt der Elliot sein soll. Außerdem, hab ich das missverstanden, oder ist der, äh, ist die Mutter während der Geburt mehr oder weniger gestorben? Er war ja ganz schön groß, auch neben ihr auf dem Bett. Hab kein Babymodel, ey. Ich bin schon lange auf, äh, auf meinem Posten, aber hab ich seinen Horat hier nicht gesehen. Oh, das Elliot. Er weiß, es ist Zeit, um trainieren. Wird er wirklich unter der Citadel gegangen? Hm, ich wundere. Quaterton, ich glaube, Elliot hat beim unterirdischen den Durchgang gespielt. Er schien in Beleitung eines Freundes zu sein, da er mit jemandem gesprochen hat. What? Nein, nein, nein. Mein kleiner Bruder hat keine Freunde. Das erlaube ich nicht. Elliot, wo sind Sie? Wo sind Sie? Komm, gib mir die Schäuze! No need to rush, young prince. First things first. I'm Bill. And I am called Ben. Aw, I thought you said you multiplied yourself. Show me something good. Never fear, never fear. We have a big surprise in store for you. Come on, kid. I mean, your highness. Huh? I bet a smart boy like you knows what's in this room. Of course I know. This is the room where we control the winds that protect Laurent. But you need this royal key to operate it. Hmm. You know what? I have an idea. How about you turn off the wind with that key, huh? Huh? If you do, we can bring your mother back to you. With our super secret magic trick! Don't you want to see her? If the wind wasn't so strong, she could come down from the heavens and see you. So how about you turn it off? For her sake? My mother? I can see my mother? Oh, you poor child. Your sister is lying to you. She knows that our magic can bring your mother back. But she's trying to keep her all to herself. It's so unfair, don't you think? What? No! Hurry! Your sister might come and stop you at any moment! Elliot! Where are you? See? Here she comes now. If you don't stop the wind, you may never get another chance to see your mother. But... Come on, kid. Ugh. Just do it already! Ah! Elliot! Who are you scoundrels? Step away from my brother! Rhys! We did it! Without the wind, this citadel isn't so tough. Our Navarland forces are already prepared to invade. They're probably storming the castle as we speak! The thieves of Navarro will take Citadel Laurent and make it the seat of our new nation. Think of it! We'll be stealing a castle. It'll be our last big raid. But what a way to go! You're nothing but filthy spies! You don't have time to fight us, princess. How is your blind leader supposed to defend himself without his trusty captain of the guard? Hmm? No! Elliot! We have to get to father! Oder du schaltest das Ding wieder ein. Wait! Rhys! Ah. Well, well, well. Look at that. Your sister left you here to save her own skin. She doesn't care about you at all. Now, come with us! No! No, she wouldn't! Rhys! Shut up! Wait! Where's Elliot? Oh, meine Fresse. Günstliche Dummheit ist scheiße für Storytelling. Just saying. Und darf ich versuchen, ihn zu retten? Oder ihn zu suchen? Oder ist er einfach verschwunden und wegteleportieren? Jo, weg. Da ich noch nicht hier weg raus war, ist das hier unmöglich. Yay! Elliot! Wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Antwort mir Elliot! Oh nein! Das ist alles meine Schuld! Nein, das ist es nicht. Wir müssen hier runter gehüpft sein oder irgendwie sowas. Es gibt nichts anderes. Na egal. Ja. Ein Kind dumm zu machen und damit es einen Plot gibt, ist halt doof. Also. Allenfallsreich. Äh. Würde ich es nicht nennen. Sagen wir es mal so. Vielleicht liegt es auch nur daran, dass sein Model zu alt wirkt und deswegen wirkt es einfach so doof. Er benimmt sich für einen Zweijährigen. Sieht aber aus wie acht oder sowas. Er sollte ein Hirn besitzen. Geht halt! Ich bin jetzt hier. Ah, Captain. Die Schleppspore. Die Schleppspore wurden durch die Citadel gespürt. Als die Wind stoppt. Geh. Ersaube den King. Schleppspore? Oh mein Gott, geht's mal. Nein. Die Musik ist geil. Die Musik. 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 Is that you, Rhys? Father, please hold on! Forgive me, Rhys. The wind told me this day was approaching, but I was unable to stop it. The shift in manor has dulled my senses. Father, and now Elliot is gone. I let them get away. I see that Elliot is no longer in the Citadel. The enemy has him. Please, Rhys. You must get him back. 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 What are you doing? Father! Father! No! No! Tolle Wachenseite, ne? Burn! Burn! Burn to the ground! Burn! Burn to the ground! We've destroyed most of the enemy forces. I'll return to Navarro to report our success to Flamecon. Everyone! Fall back for now! The wind! The wind! And now, the wind returns. Elliot! What do I do? Where should I go? My father has always said that the Priest of Light in Windel has answers for those in need. He will surely know what my next move should be. Oh. Mother. I leave father and our fallen countrymen to your care. Elliot. Is my responsibility. I wear my mother's ribbon with pride. May it protect me on my journey. Monday. Monday. Sunday! Sunday! Morning! Sunday! Sunday! Whenever we're now in love, you can break us down. Sunday! Citadel Laurent fell to the agents of Navarro. The Princess found herself without a home, a father and her only brother missing. She set out to find him. Die Boots-Szene, die gibt's auch mit den anderen. Jeder landet ja irgendwie in Jad. Reese hat dir eine erschütternde Geschichte erzählt, die, der anders für eine Reise war. Jo, hab ich gesehen. Du hast gerade die ganze Geschichte erzählt, ohne deinen Namen zu nennen. Sogar über meinem Level. Ich hatte schon Sorge, dass der manchmal Erfahrungsbonus durch das Zeug hier mich überleveln würde. Aber anscheinend nicht. Bonk. Wird sie voll machen können, bevor ich reinrenne. sicher? Sicher? Ich bin überzeugt, dass ich das Gegenglaufe und auch noch umkippe. Nein, ich darf rein. Yes! Ich bin überzeugt, dass du so weit weg bist. so weit weg bist. Ich bin Kapitän der Amazon-Guard. Ich bin ziemlich profisient mit einem Lanz oder Speer. Das ist bemerkbar. Lass uns nach Wendel gehen. Also, ich kann einen breaken und das Kampf zu dir, oder? ich glaube das ist das beste jetzt außer stärke angriff um 15 an statuseffekte bringt die da auch einen statuseffekte, welchen mega, wirklich widerspiegelt fängt mal zwei punkte rein um stärker zu bekommen das ist sozusagen der hau drauf der gruppe zumindest bei der gruppe die ich zusammen gebocht haben den im raum mit fähigkeiten ausrüsten du musst dich mit erlernen fähigkeiten ausrüsten um sie zu verwenden mit vielen unterschiedlichen arten von fähigkeiten manche erhöhen deine werte andere helfen dem kampf etc öffne das ausrüstungsblahmenü das habe ich nicht muss das klein lassen wir haben noch nichts neues bekommen wie gesagt ich werde nichts benutzen was mir nicht was ich nicht mehr freigespielt habe ich bin ein ep im burg stand ein einzigen ep das ist magicka ich muss jetzt zwei punkte die mir noch nichts bringen komm rein heilige kugel die ich noch nicht verwerten kann ich erlaube dir du darfst mal was machen also r coaching die 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 Lass uns zusammen arbeiten, um den Krieg zu verhindern. Okay. Okay. Justice! We overpowered the enemy. Justice! Yay. Gerechtigkeit. Verhauereinkraft. Giere. Ach so, das ist schon weiter. Ach, genau. Eines ist doch gut. Hm. Ja, ein Problem. Es gibt einen Kommentar zum Geld. Einen Charakter, der manchmal zu viel Geld hat, sagen sie manchmal, eh los, lass uns Geld benutzen. Wie? Allerdings gibt es einen Mod dagegen, ha, damit sie das Geld nicht erwähnen. Der funktioniert aber nur teilweise. Ha, 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 ha. Fine, then. Here I go. Ha, ha, ha. 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 Ha, ha. Ha, ha. Ha, ha. Why do I even bother? Why do I even bother? Warum tue ich mir das so gut an, ha? Warum haue ich diese Viecher? Weil ich das kann. Aha, ha, ha. Ha, 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 ha. Oh, nein. Hol. Ha, 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 ha. Was ist das? Ah. Aha, ha, ha. Ha, ha. Ha, ha, ha. Windel vom Haus. Yay. Und wer denkt noch bei dem Wort Wendel an Final Fantasy VIII? Und höher. Kleines Mädchen. Hurry. Ihr sprach wieder, ist so cool. Ich bin eine übrige Wendel von Wendel. Hey, was machst du dann alleine, in einem gefährlichen Ort als dieser? P-P-P-P-P-P... Nein, 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 nein! Ja, du wirst heute sehr storied, richtig, na? Reise erleben von ihr diesmal, Jauhwei, von Charred. Wissen unsere Charaktere eigentlich, dass sie eigentlich Charlotte heißt? Wenn sie ihren Namen gar nicht echt richtig aussprechen kann. Charlotte. Zeig mal hier, was ist deine Story? Der Vorteil, wenn man sie als dritten Charakter hat, sie kommt früher dazu, als jeder andere dritte Charakter. Wie... Nicht, dass es notwendig wäre, das ist nicht der Fall. Oh, fast. Papa, Mama, where are you going? Wait, don't leave me. Papa, Mama. Oh, dream, 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 oh Gott. Mann, wieso bringt das so witzig? Noch ein kleiner Junge, zu viele kleine Junge, zu viele kleine Junge in der Geschichte. Are you okay? You sure? You ran up so quickly, I was afraid I'd hurt you. Looks like you're okay, though. Your Eminence, may I have a word about Charlotte? Oh, Heath, manor's blessings be with you. How is my granddaughter? She isn't as chipper as usual. She seems young, thanks to her elfin heritage, but she is 15. She may have sensed the shift in mana power. I see. Look here, Heath. The manor statue has begun to cry. And you saw the light above the lake last night. Yes, sir. It was bright as day in the middle of the night. Do you know the source? I do not. But I believe it has to do with a change in the mana power of the world. The light seemed to land in Astoria across the lake. Would you be willing to look into it, Heath? Of course, your Eminence. I believe there is trouble in Jad as well. We should erect a barrier in Cascade Cavern to protect Wendell from any interlopers with bad intent. It would be the safest plan. Who to own? Damn. A white, huh? It could be dangerous. I can't wait, he'd face it alone. I gotta go after him. Okidoki. Let's get out of here. Yay. Ihre Waffe passt überhaupt nicht zu einem kleinen Mädchen. Hallo, Wache? Oder was wirst du, Priesterin? Ist her? Oh, die Tempelgelände wird nicht gerannt. Nium. Das ist ein normales, langsames Rennen. Das Spiel will unbedingt, dass man sprintet, ey. Wenn man so weit nicht sprintet, gibt es die Info. Du sprintest, du. Ach, nicht umwirrend. Ja gut, ich geh dann einfach, oder? Nein. Nachher mit euch reden, oder? Hast du die Statue von der Göttin des Manas gesehen? Charlotte. Sie hat geweint. Es läuft wie Eisgarten rückwannter. Es ist aufgehört. Grandpa? Oh, there you are. Hahaha. Stay inside the temple today. Understood, Charlotte? How come? Because I told you to. Now, go back upstairs and read, or something. Oh, but yeah. Ugh, but that's boring. Echt mal, sie ist 15. Sie ist in dem Alter, wo sie sich für Jungs interessiert, oder sowas. Moment. Ich frage mich. Ganz random. Ist diese Art Interesse körperlich bedingt? Also, hat sie kein Interesse, weil sie wie ein Kind noch ist? Kommt in ihrem Alter im Vergleich, weil sie ja eine Elfin ist halt. I don't know. Ah, ah, ah. Ah, ah. Kommt jetzt, Charlotte. Du sollst nicht das Tempel heute Abend verlassen. Ach, komm. Let me go! I gotta save Heath! Heath. Deswegen der Name Heidemar heißt Heath. Junk! Let's go a different way! Ja... Ja... Au, 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 au. Hey, du. Oh, hi, Charlotte. Mick, I know you aren't some dumb little kid anymore. Come on, help me get to Astoria. What? You want to go to Astoria? But there are monsters in Cascade Cavern and all around the lake. Plus, you don't know magic like the grown-ups. Hey, listen up, Tiny. I may be as small as you are, but I happen to be 15 years old, so I'm basically an adult. My body is just aging slower than most peoples do. That's all. Got it? Now tell me how to get to Astoria, or else. Okay, fine! Meet me outside. On the second floor balcony, tonight. I know a secret that might help. Nothing what to do. Let's take a nap. Haha, einfach pennen. Das ist cool, wenn man das einfach kann. Oh, ich hab nichts zu tun bis heute Abend. Ah, ich leg mich hin. Bam. Zeig mir, hab ich keine Zeit, dich zu begleiten? Ne, 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 lass mich in Ruhe. Vor allem, das heißt, ich soll ins Bett gehen. Nein, ich will keine Kleidung, hallo? Hm, lass flut. Und dann? Will ich schlafen? Ja. Oh, gut. Es ist Nachtzeit. Hast du ein Glück, dass du jetzt auch zufällig zur riesigen Zeit aufstehst? Ben du es noch, die ich, oder sehen die Decken echt gut aus? Also, wie halt echte Decken, wie echte. Billig, selbstgemachte Decken. Naja. La, 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 la. Da bist du ja. Dein Großvater, der Priest des Lichts, ist ein wichtiger Vertreter dieses Glaubens. Ich hoffe, dass ich eines Tages auch so ein gütiger Wöden-Träger sein kann, wie seine Eminen. Mein Grandpa. Bin ich richtiger Grandpa oder mir so ein... Boah, ich nehm einfach das Kind auf. Grandpa. Naja. Hey, Charlotte, over here! Hi. Now stand back! It was hard for me to sneak this away, without anyone noticing what I was doing. This is a springstepper. It lets you jump really far. Just don't ask where I took it from, okay? Uh, okay? Okay, great. So, how exactly is this supposed to help me? You can jump to Astoria with this without the grown-ups knowing. But you gotta go now. Someone could come by at any second. Okay. Oh, no! I think my aim was off. Uh, not my fault. Ha, ha, ha. Mach ich nicht. Hi, Kevin. Äh, okay. Sieht man so Kinder in dieser Welt? Einfach Bibel. Cool. Oh, uh, you're up. Uh, this is Astoria. You okay? Ooh, I'm sorry. This is Mick's fault. He's toast when I get back. Uh, I'll go. You stay. It's night, so sleep, okay? Wow, it's a good thing I landed on a nice person last night. But I've wasted enough time. Gotta find Heath. Heath? Heath? Heidmar? Wer hat das übersetzt? Wer hat das geschrieben? Ah. Ich finde Heath. Wir sind ja in der Rückblende nur. Das heißt, jo. Wir werden uns nicht umgucken und nichts sammeln. Seht das Ding? Äh. Machen wir die nochmal ein? Hüpp. Tü-tü-tü-tü. Und so kommt sie aus ihrer Anfangsstadt raus, wenn man sie spielt. Oder generell. Jeder muss ja irgendwie dahin reisen. Ja, hatten wir schon mal den. Wir haben ja auch gesehen. Vielleicht unseren ersten Trainingskampf wahrscheinlich bekommen. Oh, Heath. Oh. 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 Oh, ein Krimikis face, doch. Hier. Nein, komm, traurig. Das ist ein Krimikis. Das ist ein Krimikis. Das ist ein Krimikis. Okay. Okay. Lasset mich in Ruhe. Ich habe ja nichts dafür, mich zu verhauen. Guten Tag. Oh, dann braucht ihr Hilfe. Ihr sucht jemanden. Ja, ich erinnere mich an einen christlich aussehenden jungen Mann, der in Richtung Jett unterwegs war. Auf nach Jett? Ja. Du-du-du-du-du-du-du. Sehr spannend. Ich weiß, aber hey. Das ist aber nicht Jett. Das ist so schlender. La-la-la-la. Hey. What do you think you're doing? I could ask the same of you. What business could Ferroliian guards possibly have in this place? Hey. This human's a priest from Wendel. We can't let him go now that he's seen us. It could jeopardize our Beastman invasion. Invasion? Impossible. Heath! Huh? What's with this kid? What's with you? Ow! 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 Let me go, you big ols! Charlotte! Leave the child alone! Leave the child alone! Don't worry, Charlotte. I took care of them. What are you doing here? Oh. Oh, Heath. I just... You wept, and... Shh! Something is coming. No! No! Make it stop! Ah! Watch out! Heath! Wow! Didn't realize that holy bolt would work so well. I suppose it is a powerful spell after all. Ooh! Looks like I hooked a Whopper! Wha... A Whopper? No! You can't make it. Oh no! What did you do to Heath? Huh? Oh! Silly child! Run if you know what's good for you! Hahaha! No! Heath! He's gone! Heath! He's gone! Give him back! He's gone! He's gone! He's gone! Heath was whisked away by the mysterious man as the Beastmen began to attack the city of Jad. Alone, and frightened, Charlotte heard a noise nearby. T- ... Und ich konnte nicht mehr zurück in Wendorf, wegen der Barriere. Bis zum nächsten Mal, dass du den Weg durch die Kaverne geöffnet hast, um mich zu erinnern. Ich habe ein bisschen lost in der Weg, und schloss mich. Wenn du nicht da bist... Es wäre eine gute Nacht, Shawwit. Das war knapp. Whoa, kuss. Oh, stop crying. Ich werde dich mit mir, okay? Erst fähre, jetzt diese kleine Mädchen. Gib mir einen Moment. Okay, ich bin auf meine Weg zu Wendel um den Priester der Licht zu sehen. Du kannst auch gerne mit dir gehen. Komm, komm. Oh, du willst zu sehen, Grandpa? Warum hast du nicht gesagt? Du wirst nicht wissen, aber du hast deine Chance geholfen. Ich bin eigentlich die Großartig der Waste der Licht. Komm, Swapok. Ich werde dich zu meinem Grandpa bringen. Jetzt geht's auf die Wendel. Fantastisch. Das Wendel ist so cool. Wendel ist mit Stwid Heads. Komm along, Wakutes. Follow me. Excuse me. I don't remember signing up for anything. Okay. Okay. Ja. Du wirst alles über Geist. Yay. Auch Lichtzauber, die wir noch nicht haben. Ich glaube, es gibt keine Stärke. Einfach so. Heils Verbündeten. Heils Verbündeten. Es gibt doch keinen Heilzauber. Sie kann auch nichts machen mit den Punkten. Ich kriege nicht mal Stats, wenn ich irgendwo reinbauche. Doch, hier. TP könnte ich bekommen. Schauen wir später nach. Joa. Aber. Ich glaube, nächstes Mal haben wir heute sehr viel No-Story gehabt. Eigentlich nur Vorgeschichte. Aber meine Zeit ist um. Mium, mium, mium. Na gut. Dann kommen wir wahrscheinlich beim nächsten Mal in Wendel an. Und sehen weiter, ob uns der Priester auch irgendwie helfen kann, oder nicht. Ja, bis dann. Genau. Hüpft. Hüpft. Hüpft.